Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Final Fantasy XV. So, weiter geht's mit der Quest als königliche Gefolge. Wir spielen gerade mit Gladius. Das konnten wir ja vorher auswählen, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Genau, würde ich sagen. Weiter geht's. Und wir fahren nach oben. Ich hoffe mal, dass wir Nocte jetzt bald mal finden. So. Äh, war ja noch irgendwo Loot. Wir sind in einer Art Hangar. Gibt es hier einen Aufzug, mit dem sie den Kristall transportiert haben könnten? Oder so etwas wie eine Art Liefereingang? Das wäre hier jedenfalls nicht. Vielleicht ein... Ja, war ja nicht. Komische Viecherart hier kaputt. Okay. Läuft, läuft würde ich sagen. Ey, ja, es läuft. So, 100 Meter noch. Der Hangar geht schon auf. Was ist denn das jetzt schon wieder? Können wir da nicht vorbeirähen? Oder einfach vorbeirähen? Hier rüber. In Ordnung. Das Zentralbegeben. Was willst du denn hier, Mensch? Okay. Wo sind wir überhaupt... Ah, okay, da ist er. Was ist denn das für ein Vieh überhaupt? Der sieht gefährlich aus. Den werden wir mal lassen. Den lassen wir lieber mal. Noctis finden. Schauen wir mal, ob wir ihn jetzt finden. Eigentlich müssten wir bald den Zentralsektor erreichen. Wenn der Kristall in Gralea ist, dann muss er dort sein. Ja. Komm, wir gehen einfach durch. Weil der wieder so ein riesen Vieh, glaube ich, kommt, oder? Komm, wir gehen weiter. So, Halt-Trank gefunden. So, Miet-Viecher hier. Das ist schon stark, ey. Das ist schon krass, dass der Power hat. Nix wieder. So, was erwartet uns hier wieder? Bis jetzt noch nischt. Hey, das ist ja... Was siehst du? Den Kristall. Auf einem Monitor. Gladio, gibt es hier irgendwo ein Steuerpult in der Nähe? Ja, gibt es. Der Kristall wird sicher gut verwahrt. Vielleicht können wir den Weg von hier entriegeln. Alles klar. Ich sehe mal, ob ich das hinkriege. Mhm. Ja, 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 komm. Entriegeln. Entriegeln, bitte. Okay. Der Weg müsste jetzt frei sein. Oh. Das ist der König. Ich gebe ihn, Mieter. Der Kristall. Sein glorreiches Miet. Es wird mir... 's. ドン. Mr.KO. Schro Ich weiß nicht, wie es mir gefällt. Ich komme mir wieder, sich der Don. Nimm mal meinen Heilschrank, normal brauchen wir nicht, aber... Ich höre ihn nicht mehr. Ist er tot? Das glaube ich eher nicht. Feigling der. So und Gladys ist auf jeden Fall richtig nice zu spielen. Ich denke, der Kristall vernichtet die Sicherung. Das war nur eine Vermutung. Darüber denken wir später mal. Jetzt müssen wir Bunte und Norden finden. Das war schnell. Ich fürchte, dieses Biest hat es jetzt auf Lockhart gesehen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Nicht alle von euch haben überlebt. Was? Nagt. So. Nein, doch nicht da lang. Klar hier lang. Doch nicht. Ja, ganz genau. Hier entlang. Na, wo ist denn die Tür? Ah, hier, okay. Wen gehört wohl dieser lebendlosen Körper, mit dem ich hier spiele? Wollt ihr's gerne wissen? Hier entlang. Wollt ihr's? Dieser Mistkerl. Was hat er? Hörst du das? Was denn? Da. Das war Nocts Stimme. Gladio, hier lang. Hey, Ignis! Aufgabe abgeschlossen. Zygnautus Festung. Was Noctus in der Zwischenzeit erlebt hat. Ohne Waffen und Freunde an seiner Seite findet Noctus endlich die Kraft, das Erbe seines Verstorbenes Vaters anzutreten. Er steckt den Ring der Lusis an. Doch nicht nur Lusische Magie steht ihm bei. Tief im Feindesland erhält er aus Ravus Hand auch das Schwert von König Regis zurück. Sein Vater. Alden lockt ihn jedoch in eine tödliche Falle, aus der er nur dank der Hilfe seiner Freundin kommen kann. Okay. Einladesequenzen sind wirklich heftig. Kapitel 13 Gladius Route beendet. Von nun an kannst du den Spielschirm wieder speichern. Allerdings ist dies vorerst nur in Söldner Bereitschaftslagern möglich. Gegenstände, die du auf Gladius Route gefunden hast, werden verworfen. Die Parameter der Gruppe werden auf den Zustand vor Beginn der Route zurückgesetzt. Okay. Schwert des Vaters. Ausrüstung. Schwert des Vaters. Momentan nicht möglich. Okay. Okay. Ich könnte also nichts machen. Ich fürchte du sitzt in der Falle. Das können wir doch mal sehen. Noch ne Falle. Etwas Schmerz hat noch keinem geschadet. Los. Leg nen Zahn zu, oder bist du zum Vergnügen hier. Ich hätte noch mehr Halt drin, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einen Weg finden. Was für Weg? Ich finde ich... Nein, nicht! Gladiator, schalt es ab. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Bist du dir sicher? Ja. Ich glaube es ist der Grund, warum wir hier hergeführt wurden. Ja! 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 Das war knapp. Wie seid ihr hierher gekommen? Gern geschehen. Ja, ja, danke. Nachdem wir draußen... Ich hatte doch noch mehr Trinke, oder? ...hat Aden uns... ...hierher... Ich hatte noch mehr Trinke. Der Mistkerl spielt mit uns. Aber wenigstens sind wir wieder zusammen. Alle bis auf Prompto. Ach, wie schön. Endlich nicht mehr alleine, was? Die beginnen mit 24 Halt Trinke. Krass. Aber was ist mit Prompto? Ohne ihn ist eure Gruppe doch nicht vollständig. Oder gewährst du mir die Bitte in eurem Bunde der vierte zu sein? Bestimmt nicht. Autorisierungsfehler. Wo müssen wir jetzt hin? Keine Reaktion. Entweder verriegelt oder kein Strom. Ah, warte mal. Prompto? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bist du sicher, dass du da bist? Da bin ich. Ach, wie langweilig. Ich unterhalte mich. Ah, das Prompto. Festgekettet. Hey, alles okay? Prompto. Bist du verletzt? Nein, keine Angst. Noct. Vielen Dank. Noct. Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Natürlich. Ist das Prompto überhaupt? Blöde Frage. Natürlich habe ich das. Ich wusste, dass du kommst. Ich habe fest daran geglaubt. Prompto. Ich habe mir gesagt, dass ich nicht sterben darf, ohne dir zu sagen, dass du mir vertrauen kannst. Vergib mir. Ach, was? Ich wusste, du kommst. Ach, was? Ich wusste, du kommst. Du kommst. Oh, hier gibt's auf jeden Fall Leut. Und wir können nicht speichern. Okay, von hier sind wir jetzt gerade gekommen. Können wir hier nochmal was machen? Nö, können wir nichts machen? Hier kommen wir noch nicht rein. Wir müssen da lang. Gibt es hier eine Karte? Da unten müssen wir lang. Okay. Ah, hier gibt es Schlafplätze. In Greela und der Cygnautos-Festung kannst du nur in Soldatenstuben und Söldner Bereitschaftslager manuell speichern. Ah, jetzt können wir speichern. Ich würde sagen, wir übernachten mal und machen dann einen Cut. Ah, okay. So Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wir können ja eh nicht mehr aus jetzt hier, wie es dann weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr, sehr spannend. So, genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi. Ja. Ich würde sehr, sehr re governments an Corona. Zie ist an dasルvename. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.